Tada! Wir sind wieder dabei! Mass Effect 2! Oh, das reimt sich, meine Güte! Es ist 16 Uhr, es ist stinker Zeit und wir zocken hier. Wir sind dabei, uns den Weg nach oben in einen Tower zu kämpfen und haben hier mit massiven Widerstand zu tun. Und wissen gerade nicht, wohin. Ich glaube, da hinten ging es auch noch rein. Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, was sagt hier M? M sagt da lang, dann muss ich erst mal nach da hinten. Du musst ja gucken, was da gab. Richtig. Ist hier vielleicht noch was? Nö. Okay. Da legt nochmal Muni. Hier meinte ich, okay, erst mal die Muni gekrallt und dann gucken wir mal da hinten. Heute ist ja eigentlich Sims hier die Tag. Ich habe mir gestern einen Key bestellt. Bei MMOGA. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass er heute noch ankommen wird. Lieferzeitpunkt hieß ja der 6. Heute ist der 6. Ich habe bisher nichts gehört. Ach, ich komme einfach bis durch. Oder? Das ist quasi ein Nebengang. Na, komm. So. Ja, also, ähm, wenn ich dann fluchen werde morgen, wisst ihr warum. Ja. Ich habe ja MMOGA schon mal was erholt. Ging einmal gut, einmal nicht. Und ich bin echt gespannt, ob das was wird mit SimCity. Weil ich bin ja schon recht heiß auf das Game. Kann man ja nicht sagen, dass es nicht so ist. Hm? Ist hier noch was? Nö. Tür umgehen. Start umgehen. Äh, dis und dis. Ist ja wieder mal superschwer, ne? Ja, ja. Das ist quasi... Oh. Jetzt hier ein bisschen mit Schraffinesse. Bitte, töten Sie uns nicht. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zu Eclipse. Sie sind doch hier, um uns zu helfen. Oder? Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Kommen Sie raus. Es ist soweit sicher. Danke. Wir stehen in Ihrer Schuld. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden. Keinen Söldner. Er ist allein unterwegs. Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Diesem Attentäter fehlte seine Entschlossenheit. Er wollte sie sichern, Grant. Wegen Asana möchte ich wetten. Die hat es schon lange verdient. Wenn man Leute so behandelt, rächt sich das irgendwann. Und du wirst in den Arsch gebissen. Ich würde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen. Danke. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich. Was für ein cooler Spruch. Wir sind sehr vorbildlich und haben sie nicht erschossen. Dafür nehmen wir uns einen Medi-Kill. Und wir durchsuchen den Spind und kriegen 3000 Credits. Hm, na gut. Dann weiter im Text. Wir müssen nach oben. Oh, Präzisionsgewehr Viper. Garus. Ah, stimmt. Was haben wir gekriegt? 100 Mal Muni für schwere Weapons. Das ist sehr gut. Und wir hacken nochmal eine Terminal. Ach du Gott. Ähm. Hier. Ähm. Viel, viel Weiß ist da drüben. Ähm. Ähm. Blau. Der. Na bitte, Brigitte. Ich glaub, da sind wir schon richtig gut drin. In dem Minigame. Wo geht's denn hier weiter? Verdammt Angst. So, da waren wir gerade drinnen. Da nicht. Ah. Hier. Fahrstuhl. Sehr schön. Muss ich nie bis... stehen und auf sie warten? Ich mag's ja direkt, aber... Wir sollten hinter irgendwas Deckung suchen. Mezzanine. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Fall dich in Ronan! Die Ronan! Er hat's... Alter. Er hat's gesagt. Ja. Ah. Leck mich doch am Arsch, Alter. Okay. Fortfahren. Jetzt wissen wir wenigstens, was auf uns zukommt. Vor Feindbeschutz schützt man sich am besten durch eine ordentliche Deckung. Alles klar. Wen soll ich decken? Einfach nur dastehen und auf sie warten? Ich mag's ja direkt, aber... Wir sollten hinter irgendwas Deckung suchen. Verstanden. So. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Gegrillt, die Sau. Ich auch. Meine Güte. Jetzt muss ich mal hier was trinken, weil irgendwie... Mein Hals kratzt grad gewaltigst. Das ist nicht gut. Ei, 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 ei. Gut. Ich glaube, ich versuch's mal nicht frontal. Ich versuch's mal ein bisschen seitlich. In der Hoffnung, dass das... Der Weisheit letzter Schluss ist. Also mit dem... Mit dem Strahlenpartikel-Laser-Dingens... Können wir ja schon mal ordentlich grillen, dann kriegen wir auf jeden Fall die Barriere runter und die Panzerung und die Gesundheit müssten wir dann so irgendwie erledigen. So, jetzt gucken wir mal, wo können wir denn direkt entgehen? Da könnten wir entdeckung gehen, das klingt gut. Einfach nur dastehen und auf sie warten? Ich mag's ja direkt, aber... Wir sollten hinter irgendwas... Entdeckung gehen. Mezzanine, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Sehr schön. Das hat schon mal fantastisch funktioniert. Sehr schön, der ist tot. What the fuck? Tja, meine Beste. Huch. So. Paranoide Quick Save. Na, nicht leichter als das. Das war ja gut. Der Kopfgeldjäger ist auf jeden Fall schon mal Geschichte. Ich hoffe, das war nicht der Kopfgeldjäger, den wir benötigen. So. Haben natürlich keine Muni gedroppt, ist ja klar. Ja, weil sie tot sind. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Im Fahrstuhl bin ich. Kannst gerne vorbeikommen. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt. Haben Sie den Attentäter gesehen? Warum suchen Sie nach ihm? Sie gehören nicht zu Nasanas Söldnern. Wer sind Sie? Wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie gehen. Hören Sie. Selbst wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig. Meine Leute sind gleich dahinten. Merkt euch eins fürs Leben. Auf Wiedersehen. Verdammt. Von Ihnen kann ich ja noch was lernen, Shepard. Jo. Also das hat sich jetzt gelohnt. Was ich nicht abkann, ist Respektlosigkeit. Da kriege ich einen Hals. So. Okay, dann machen wir nochmal abdrünnig und ein bisschen böse. Böse ist immer gut. Diese Tatenscheibe enthält eine Liste mit genetischer Information über die Familie Kiroza. Na, ist ja ein Traum. Geht es hier auch rein? Ah, okay. Das ist ein großer Raum. Okay, hier sind wieder Mechs. Und von der anderen Seite kommt man da vielleicht besser ran. System für Spezialmunition nicht eingerichtet. Hm. Er ist praktisch überall. Wie meinen Sie das? Wir haben von mehreren Etagen Berichte über ihn. Wir glauben, er geht durch die Lüftungsschichte. Fürs Glauben werden Sie nicht bezahlt. Finden Sie ihn sofort. Komm schon. Als nächstes wirft sie uns den Hunden zum Fraß vor. Hm. Den Mechhunden. Ich werde euch vernichten. Oh, warum hat denn der eine Barriere? Moment. Gegen Barriere-Kennig. Auf den Boden sofort. Komm. Aus. Da wird er gegrillt. Entschuldigung. Muss sein. Wie, warte, warte schon? Huch. Ja, dann ist die andere auch schon tot, wa? Oh, die droppen alle keine Muni, die Dreckssäcke. Doch, die... Da ist auch Muni. Sieht man aber auch ganz schön bescheiden. Na, ist klar. Wenn sie zur Hälfte einer Textur klemmt... ...dann passiert sowas schon mal. Reload. So, da drüben war da Muni. Hier stinkt's noch nach gegrillten... ...Tech-Mech. Oh, Muni. Geht ihr alle hin? Ja. Würde mir bitte irgendjemand Bericht erstatten? Ja. Ich komme. Antwortet verdammt nochmal. Hm. Geht der los? Jemand geht sofort da runter und sieht nach, was los ist. Wurde aber auch Zeit. Was ist da unten los? Ich fürchte, ihre Männer können im Moment nicht antworten, Nassana. Verdammt! Hm. Ab dafür. Oder geht's hier hinten? Nee, ne? Nee. Du-du-du-du-du. Hört. Unterwerfen und unterdrücken? What the? Boah. Ich kasse dich nicht mehr auf dem Schirm. Nicht mehr. Boah. Ah, gegen Barriere hab ich was? Komm, zeig dich. Hey, du! Hey, du! Na, komm. Komm. Ich werde euch vernichten. Die Shockwave ist echt geil. Auch der Effekt von der Shockwave finde ich super. Wo ist denn Grundzi? Ja, alles klar. Grundzi? Das ist ja blöd. Wo ist Grundzi? Was machst du da unten, du Trottel? Ist doch nicht zu fassen. Und warum läufst du schräg? Lauf doch mal geradeaus. So, warte mal, ich hab da was Explosives. Ich hab' ich gesehen. Ja. Ich hab' ich gesehen. Da. Ich hab' ich gesehen. Und ich hab' ich gesehen. Das ist ja mal. Ich hab' ich gesehen. Uppah. Ja, komm schon. Ja, Kronzi, danke für deine Hilfe. Du bist der echte Held. Raffiniertes Element Zero. Uh, 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 uh. Brauche ich, brauche ich, brauche ich. Haben will. Haben will, haben will, haben will. Wie viel? 500. Na, supergeil. Waffenspinnt. Medizinkit. Ausrüstung will. Nö, brauche ich eigentlich nicht. Nö. Nö, nö, passt schon alles so, wie es ist. Hei, 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 hei. So, ihr lieben, lieben, denn wir sind auf dem Weg zu einer Sana hoch, die schon langsam, glaube ich, Muffensausen bekommt, ne, nehme ich an. Aber ich denke mal, wir werden uns hier der nächsten halben Stunde mit Sicherheit dem Ziel nähern. Insofern, ich danke euch fürs Zuschalten und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder gleiche, gleiche Welle einschaltet. Wenn es heißt, 16 Uhr at Smash Effect 2 Zeit. Bis dann. Tschüss. Mh-mh-mh-mh